Hallo, ich heiße Atreyu und ich will meine Schildkröten filmen. Das ist Karate und das ist Schildi. Das ist ein Junge und das ist ein Mädchen und dann können wir sie mal beobachten, was sie so machen. Also Ronja, könntest du mir was zu essen für sie bringen? Und das ist Maxi. Das ist Maxi. Ganz lauschig. Ja Maxi, du bleibst bitte hier. Und die... Oh ja, könntest du mir was zu essen für die geben? Also ich hole grad was zu essen für sie. Hier ist ihr schönes Saharium. Da haben sie Essen. Und halt so weiter. Dann können wir ihnen bisschen Essen geben. Bisschen grünes. Hier, halt hier. Hm? Habt ihr Hunger? Sieht aus, ob sie keinen Hunger hätten. Hm? Kleiner. Die Hürstücke können denen geben. Die fressen sie doch immer. Aber die muss man vorher aufpassen. Okay. Ich weise sie euch auf und stell sie euch hier her. Ja. Ja. Ja.